Ja Leute, es ist soweit. Die neue Verbotsliste ist draußen und wir gucken uns an, was hat sich verändert und welche Decks sind jetzt eigentlich gut. Ja Leute, die neue Verbotsliste ist draußen. Ironischerweise ist sie noch nicht aktiv, denn sie ist erst ab den 7.2. aktiv. Sprich, wir haben jetzt auch über eine Woche, wo wir das Ganze spielen können. Beziehungsweise an diesem Wochenende haben Regionals stattgefunden, wo ebenfalls diese Verbotsliste eben nicht aktiv war. Aber ist ein bisschen schade, weil man weiß, es kommt eine neue Liste, aber du musst noch die alten Karten spielen. Beziehungsweise du ärgerst dich wieder über die gleichen Karten oder eben freust dich schon auf die neuen, musst aber eben noch die alten spielen. Ist natürlich ein bisschen schade, aber so ist das Ganze jetzt. Es wurde halt so festgesetzt und let's go. Ja, wir wollen hier Stück für Stück nochmal darauf eingehen, was verboten wurde und warum es verboten wurde. Beziehungsweise warum die Entscheidung vielleicht so sein könnte. Klar, letzten Endes wissen wir nie genau die Entscheidung hinter Konami, aber man kann auf jeden Fall spekulieren und das machen wir jetzt heute. Und zusätzlich natürlich, dies ist keine Live-Reaction. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Natürlich weiß jeder inzwischen auch schon, was auf der Liste ist, beziehungsweise was verboten oder erlaubt wurde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach Stück für Stück eben durch und gehen natürlich am Ende noch auf Decks vor allen Dingen ein. Ja, fangen wir mit Eva an. Naja, was soll ich das sagen? Tritron-Hit. Der Search für Fee ist natürlich absolut broken. Ähm, ja, war klar, dass das geht, wenn man Tritron-Hitten will. Man kann natürlich Benden hitten. Das ist eine Variante, wie man Tritron-Hitten kann. Oder eben Eva. Ja, und man hat sich für Eva entschieden. Eva ist auch irgendwie eine unfaire Karte. Man hätte theoretisch noch Beatrice verbieten können. Da sind wir mal ehrlich. Beatrice, please, still alive for BA oder ähnliches. Ne, Beatrice finde ich auch nicht so der richtige Weg. Eva war schon der richtige Hit. Denn, man muss auch eins sagen, einfach dadurch, dass sie ihren Benden haben, können sie eben immer noch spielen. Sie können einfach Benden immer und immer wieder nutzen, um eben mehr Plus zu machen, um ihr Feld zu etablieren. Ähm, wird natürlich dann in Richtung, ähm, Sensen-Log hinauslaufen. Aber wie die Decks aussehen können, kommen wir eben später zu. Eva-Hit ist ganz klar gegen Tritron. Der nächste Hit ist auch nicht groß erklärbar. Protoss, eine gute Karte, die, wenn man sie Hard-Draw ziehen muss, natürlich eher ein bisschen Lack-basierend ist. Aber seit Swordsoul ist das Ganze eben nicht mehr so. Also, Protoss ist einfach searchbar, sprich, ähm, die Karte ist einfach Bastard, denn die lässt gewisse Decks gar nicht mehr mitspielen. Klar, zum Beispiel Mirror Match ist Protoss nicht der Auto-Win-Button, aber eben gegen andere Decks, zum Beispiel gegen Phantom Knights oder so, sagst du einfach Dark und hast halt gewonnen. Ist halt ein bisschen lame, muss verboten werden. Dementsprechend wurde das Ganze natürlich verboten. Sehr guter Schritt und sehr cool. Ist halt auch vor allen Dingen ein Hit gegen Swordsoul. Und man muss bedenken, dass Swordsoul eigentlich ziemlich neu ist und man sich dachte so, hm, fassen die das Deck an oder nicht. Haben sie indirekt durch Protoss eben. Ja, und weiterer Hit ist, ähm, Simog. Simog wurde einfach komplett verboten. Da muss man sagen, ist das die Problemkarte? An sich natürlich nicht die Statue oder von mir aus auch der Apex, die da eben geholt wird, um ein Negate zu haben. Ist vielleicht hier die Problemkarte. Jedoch natürlich ohne ihn können wir diese beiden Karten nicht rufen. Dementsprechend vielleicht doch diese Karte das Problem. Aber man muss sich auch bedenken, in welchen Decks das Ganze gespielt wird. Und ich meine, Link 3, was sich einfach einem Monster aus dem Deck spezial beschwören kann am Ende des Zuges, klingt jetzt halt erstmal nicht so stark. Und wenn es halt nur, in Anführungszeichen, ein Negate mehr ist, ist es gar nicht so strong. Klar, ne, Statue sagt, du darfst nicht spielen. Ist schon ein bisschen blöd. Man hat sich hier entschieden, halt den Weg zu gehen, dass man nicht die Barrier-Statue verbietet. Hätte man halt auch machen können. Dann hätte man halt immer noch die Option, eben den einen Negate zu haben. Joa, man hat sich jetzt hier entschieden dazu. Ich finde es gut. Ist immer so eine Frage. Man kann immer sich beschweren, zu sagen, ja, die hätten auch die Statue verbieten können. Da hätte man Apex nachrufen können. Blablabla. Aber letzten Endes, es gibt ein Problem. Das muss behandelt werden. Und wie sie es am Ende machen, ist ja eigentlich relativ egal. Denn eigentlich ist es nur wichtig eben, dass das Problem angegangen wird. Ja, ein weiteres Problem und eigentlich die absoluteste, brokenste Karte ist kaiserlicher Befehl. Und jetzt sagen sich viele, hey ja, warte mal, die Karte existiert schon seit Ewigkeiten. Und das ist auch vollkommen richtig. Die Karte existiert sehr, sehr lange, war verboten, hat eine Eratung bekommen, kam wieder. Und dann existierte die erstmal. Und die war von Anfang an sehr, sehr stark. Und gerade, wenn man wusste, dass man Sky Striker gegen sich hat, war ein Pro Order der Out-Win-Button. Aber deswegen wurde die Karte gar nicht verboten. Nicht, weil man jetzt sagt, oh ja, das arme Sky Striker-Deck. Das war natürlich nicht der Grund. Und auch nicht der Grund, weil Kaiserskip Befehl erst seit heute broken ist. Nein, der Grund war einfach, dass inzwischen es einfach so war, dass viele zum Beispiel Lightning Storms, Droplets oder Dark Rundle Moors Main gespielt haben. Und das Ding ist einfach, wie kontert man die Karten? Naja, entweder hast du halt ein Feld, was nicht so anfällig gegen diese Karten ist. Oder du hast einfach kaiserliche BWLZ. Ähm, jo, dementsprechend hat der Gegner dann automatisch komplett verloren. Ist natürlich blöd und jetzt sagt ihr euch, ja, das ist aber nicht bei jedem Deck so, blablabla. Stimmt auch, aber die Tendenz in den Decklisten ist auf jeden Fall klar zu sehen. Das kaiserliche Befehl immer mehr gemaint wurde oder zumindest im Side-Deck gespielt wurde. Also die Anzahl dieser Karten in Decks ist einfach extrem hochgegangen in der letzten Zeit. Und dementsprechend, ähm, natürlich musste diese Karte verboten werden. Die Community hat es auch gefordert. Also dementsprechend war es eigentlich ein Win-Win. Die Karte wurde immer, immer öfter gespielt und sie wurde gefordert zu verbieten. Also hier verboten, ähm, zu Recht auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, die nächste Karte, die auf 1 gegangen ist, ist Astrograph-Zauberer. Und die ersten, die sagen, was, Astrograph-Zauberer? Das ist doch viel zu broken! Ähm, naja, die haben natürlich Astrograph noch richtig in Erinnerung. Die Karte ist broken, aber sie war vor allen Dingen broken, weil sie zusammen mit Electromite funktioniert hat und ein bisschen wie Multifaker fungiert. Sprich eben, du kannst ihn triggern, auch wenn du ihn gesurrt hast, blablabla. Ähm, ja, natürlich geht das Ganze immer noch nur eben ohne Electromite. Denn Electromite ist immer noch verboten. Und dementsprechend kann man eben Astrograph hier, ähm, natürlich sogar in gewisser Weise searchen, aber eben nicht mehr so nutzen wie früher. Und ich denke, dass ein guter Kompromiss ist, wir geben uns Astrograph-Zauberer wieder. Vielleicht sogar auf 2 und 3, natürlich je nachdem, ähm, was an Support für, ähm, ja, Pendulum rauskommt und wie Pendulum sich schlägt. Wenn Pendulum jetzt natürlich, ähm, ins Tier 1 wandert, dann brauchen die nicht mehr Astrograph-Zauberer. Aber wenn das Deck jetzt immer noch gar nichts macht, ähm, dann natürlich, wird es so sein, dass, äh, solange Electromite gebannt ist, halt Astrograph-Zauberer langsam wieder hochgehen kann. Ähm, ist zumindest so meiner Ansicht. Das Ding natürlich bei Pendulum-Decks allgemein, Pendulum-Decks sind nicht komplett bad. Pendulum-Decks können Boards legen, womit du auch gewonnen hast. Die können auch Locks legen, ETC, das Deck, also Pendulum hat so viele Optionen. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass man eben extrem, extrem Handtrap anfällig ist. Ähm, die meisten Pendel-Decks spielen sehr viele Search-Karten, sprich, äh, Lockbird. Die Ash kann auch schon sehr gut wehtun. Nibiru, die Decks sind extrem Nibiru-Anfällig, weil du musst einfach deine Pendel-Scale benutzen und eben noch am besten Link 2 Monster rufen. Jetzt haben wir 4 Karten verschwendet, erstmal in Anführungszeichen natürlich. Und da könnte jetzt die Apelusa liegen. Aber stattdessen müssen wir halt die Scales haben und, ähm, können halt eben nicht um Nibiru drum rum spielen. Heißt, die Decks sind oft sehr Nibiru-Anfällig. Ich weiß, dass es auch Karten gibt, auch im Pendulum-Bereich, ähm, wie Jack, der zum Beispiel eben natürlich auch Monster-Effekte negieren kann. Das ist durchaus möglich. Aber das sind halt eher die Einzelfälle. Und solange gerade vor allem die Endymion-Engine halt nicht weiter gepusht wird, ist das halt eher ein glücklicher Zufall, als dass es konstant immer so ist. Klar, Astro-Kauf-Zauber pusht sehr viel. Aber wie gesagt, wird, ähm, ja nicht instant jetzt Pendulum halt eben zum Tier 1, denkt man. Ich finde es gut, dass man hier versucht eben, Pendulum auch was zurückzugeben, weil Pendulum hat den ja natürlich sehr, sehr hart gelitten. Ähm, ja. Bei der nächsten Karte Dostrudo. Dostrudo auch eine Karte, die von Verboten auf 1 gegangen ist. Dragon Link freut sich, aber vor allen Dingen freut man sich natürlich mit Needlefiber. Denn, ja, er ist Empfänger, ist ziemlich leicht zu beschwören. Und, ja, Needlefiber braucht halt einen Empfänger, ne? Da ist er. Let's go. Have fun. Hälfte der Lehnspunkte ist gerade für Time One natürlich immer eine schwierige Situation. Aber wenn du aufgrund dieser Karte eben ein sehr, sehr starkes Board etablieren kannst, ist es dir auch egal, ob du die Hälfte gezahlt hast oder nicht, weil der Gegner eh schon fast automatisch verloren hat. Dementsprechend sind die Kosten halt immer relativ natürlich an dieser Stelle. Dostrudo eine gute Karte, außer Frage, ob die jedoch jetzt so einen Impact hat. Im Sinne von, dass die einfach alles rasiert, glaube ich nicht. Dragon Link wird vielleicht damit faxen, man vielleicht das ein oder andere Deck. Die Karte wird auf jeden Fall in Zukunft Play sehen, aber eben nicht so, wie man erwartet, dass die jetzt in jedes Deck reingesplasht wird. Und als Experiment kann man das natürlich auf jeden Fall eben hier auf 1 mal erlauben. Und mal gucken, wie das Ganze eben vonstatten geht und wie die Karte fungieren wird. Kommen wir zur nächsten Karte und das ist Lunalight Tiger. Ja, Lunalight Tiger, absolut starke Karte. Sie ist jetzt auf 1 erlaubt statt auf 0. Und ja, natürlich ist diese Karte nicht once per turn. Sprich, auch jetzt ist sie oft einsetzbar. Diese Karte kann man 100% mehrfach in einen Zug nutzen, also im Spezialbeschwörungseffekt. Sprich, also, ja, Tiger ist zwar auf 1, aber Tiger macht mehr als nur eine Sache. Jedoch muss man an dieser Stelle natürlich sagen, dass Lunalight Tiger, Lunalight Tiger gut ist, Lunalight an sich. Sprich, also, es ist nicht so, dass du jetzt einfach sagen kannst, okay, knall ich jetzt in mein nächstes Deck rein, let's go, ist eine gute Karte. Eben nicht nur für Lunalight. Kann man auf 1 auf jeden Fall exponentiell versuchen, falls die Leute Master Duel spielen. In Master Duel ist die Karte auch auf 1. Und da sieht man auch, dass Lunalight Tiger zwar gut für das Deck an sich ist und auch man ganz solide Felder hinlegen kann, aber eben nicht mithalten kann mit den aktuellen Top-Tier-Decks. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar Märchenschweif Schnee. Und da muss man sagen, diese Karte wurde natürlich vor allem verboten, eben wegen Thunder Dragon. Ja, Thunder Dragon, zum einen Koloss ist natürlich banned. Zu Recht, absolute Broker Karten und Unfair lässt eigentlich spielen. Zumindest ein oder andere Deck, beziehungsweise die ein oder andere Mechanik. Und ja, Märchenschweif ist jetzt wieder da. Natürlich fallen dann sofort Karten ein, wie, ja, B.A. und leg den rein. Oder Beatrice und Interruption und Book of Moon ist ziemlich stark, weil, ja, einfach gewisse Beschwörungsmechaniken dadurch blockiert werden, wie zum Beispiel Linksummen oder so. Und von daher ist das natürlich sehr, sehr spielstark. Aber die Karte, ja, passt halt auch nicht mal ebenso in jedes Deck. Denn oft ist es einfach so, dass du natürlich die Ressourcen, ah, in den Friedhof gerne haben möchtest, behalten möchtest. Und zweitens musst du sie irgendwie in den Friedhof kriegen. Und sagen wir mal ehrlich, ein Foolish kann man sinnvoller nutzen, als in den Schnee reinzulegen. Klar, kann man auch deutlich schlechter nutzen. Aber die Karte ist an sich halt nicht mehr so die Gefahr, weil sie zur Zeit, Zeitpunkt jetzt dieses Videos, zur Zeit nicht das macht, was sie in Thunder Dragon gemacht hat. Und zwar ein unendlich unfaires Board. Und zusätzlich den Interrupt geben, den den Gegner halt dann einfach killt. Und zusätzlich das sogar noch öfter nutzen kann. Und dann noch mehr Ressourcen daraus zu holen. Also ihr seht, das Ganze ist aktuell nicht möglich, halt eben hier auf Null zu machen, weil einfach eben die Decks dementsprechend das nicht so gut abusen können. Aber ich vermute, dass Schnee eine Karte ist, die vielleicht in Zukunft auch wieder runterfliegen könnte auf Null. Einfach, weil die Karte, das Potenzial der Karte sehr, sehr mächtig ist. Und wenn das richtige Deck damit kommt, das einfach sehr viel Blödsinn anstellen kann. Aber ich finde es cool auf 1, let's go, have fun. Warum nicht mal ein bisschen experimentierfreudiger sein? Ich finde es immer schade, wenn man immer nur, ja, wir kennen einfach nur die Metadecks, fertig ist ungefähr. Ich finde es cool, dass auch viele Karten zurückkommen. Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar den Star. Und beim Star muss ich sagen, ja, Tree Brigade wollen wir auf jeden Fall komplett töten, beziehungsweise so, wie es bereits existiert. Denn der Star erlaubt einen Utopia zu holen, Utopia Dragon. Und da muss ich sagen, klar, war einfach the way to Spiel durch Nubiru. Und natürlich sehr, sehr stark. Deine Hand kann noch so schlecht sein gefühlt. Du brauchst nur in ihn gehen, kannst surgen, kannst nochmal in ihn surgen, kannst ein Monster Negate legen. Ist mächtig. Ja, das wollen sie nicht. Finde ich okay. Mal runter reduzieren. Ist halt kein Once per Turn. Also kein Hard Once per Turn oder auch Soft Once per Turn und so. Ist halt einfach nur pro Kopie. Von daher, ja, ist glaublich an dieser Stelle ganz okay. Hätte man jetzt nicht machen müssen. Hat man sich entschieden. Man wollte eben die Niedervögel auf jeden Fall schwächen und ein bisschen aus dem Meta eben rausnehmen. Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar Monster Tor. Und bei Monster Tor ist es eine Karte, wo viele sich fragen, okay, warum ist die Karte auf 1 gegangen? Und die Antwort kann ich euch ganz klar sagen. Und zwar Monster Tor ist in ein FDK Deck useful, um in den FDK zu nutzen. Und das natürlich noch nicht jetzt, sondern eben in Zukunft. Um genau zu sein, im Dimension Force kommt eben ein neuer Maschinen-Arketive raus, der sehr gut specialbar ist. Also kann man halt sehr gut viele Faxen mitmachen. Und man kann theoretisch ein FDK hinlegen. Also ab dem 19.05. könnte man eben theoretisch FDKs hinlegen. Ich wundere mich jedoch an dieser Stelle, warum Monster Tor jetzt schon gettet wurde. Ist das schon ein Hinweis, dass die nächste Verbotsliste nicht vor Dimension Force kommt? Ist jetzt die gute Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch noch andere Hintergründe, die wir jetzt an dieser Stelle nicht verstehen können. Monster Tor auf jeden Fall auf 1. Juckt niemanden, hat niemand gespielt. Ist okay. Let's go auf 1. Have fun. Kommen wir zu Topf der Begieren. Topf der Begieren. Eine Karte, die im ersten Hinblick natürlich sehr komisch wirkt, dass sie auf 1 gegangen ist. Denn warum? Die Karte, okay, lässt sich halt 2 Karten ziehen, lässt sich aber 10 Karten banischen. Ist halt ein Deal, den du da eingehen musst. Und ja, wo ist denn das Problem bei dieser Karte? Das große Problem an der Karte ist das gleiche auch wie mit Upstart Goblin. Wer kennt es noch von früher? Die Deck Profiles, wo gesagt wurde, ja hier, ich spiele 37 Karten und 3 Upstart, aber halt 37. Das ist mit Topf der Begieren so ein bisschen ähnlich. Jedoch wird die Karte anders eingesetzt. Denn diese Karte wird benutzt, weil man sagt, ja, sie macht plus 1. Und das ist der Grund, warum man diese Karte spielt. Entweder machen wir unser Kombo, heißt wir surgen unser komplettes Deck leer, nehmen alle wichtigen Karten raus aus dem Deck, aktivieren dann Topf der Begieren und haben einfach ein plus 1 und haben noch mehr Ressourcen, womit der Gegner es noch schwieriger hat. Oder natürlich, wenn ihr eh ein Deck habt, wo 3, 3, 3, 3, 3, 3 drin ist, könnt ihr einfach das Pot of Desires hier aktivieren und dann einfach eben 2 Karten ziehen und Kombo machen. Und habt garantiert, also mathematisch gesehen, höchstwahrscheinlich zumindest, von jeder Karte, die ihr braucht, noch einmal im Deck. Diese Karte hilft einfach ein Deck deutlich konstanter zu machen. Und das Problem ist nicht, dass das absolut Bastard ist oder so. Das Problem ist einfach, dass das immer mehr getan wurde. In immer mehr Decks wurde diese Karte einfach 3x oder 2x gespielt. Klar, 2x ist immer die Angst, dass du nicht einen weiteren nachsiehst, aber 3x natürlich eben für die Konstanz. Man wollte einfach hier den Konstanzhit geben und jetzt fragt man sich, ja, aber warum denn? Ich habe ja noch ganz andere Töpfe zur Verfügung, die machen ja auch plus 1. Das ist vollkommen richtig. Ihr seht es ja hier am Rande schon. Es gibt noch andere Töpfe, die auch sehr, sehr gut sind. Okay, der macht jetzt theoretisch halt kein plus 1, ne? Aber er macht zum Beispiel plus 1. Warum ist er nicht verboten? Naja, aus einfachem Grund. Topf der Begieren ist eine Karte, die einfach in jedem Deck splashable ist. In der Theorie und auch in der Praxis. Klar, wenn du viele One-Offs spielst, ist das natürlich nicht so die beste Idee. Aber es ist halt machbar. Dabei in anderen Töpfen ist das Problem, dass du immer eine Downside hast oder ein Risiko eingehst, eben was aus dem Deck zu verbanden. Wie zum Beispiel bei Extra-Vergans. Da klar, ist ein Plus 1. Aber dafür muss ein Extra-Deck erstmal so aufgebaut sein, dass du den überhaupt erlauben kannst, dir zu aktivieren oder komplett irgendwie den Minzwurf machst, ob du überhaupt danach spielen kannst oder nicht. Dementsprechend verstehe ich den Aspekt schon, dass man sagt, man verbietet ihn, weil er ist zu generisch. Er ist quasi in der neue Topf der Gier. Jeder ballert ihn rein. Wir wollen das einfach nicht. Wir kitten das. Natürlich wird Topf der Gier jetzt auch immer noch auf 1 in den ein oder anderen Deck gespielt werden. Aber er ist halt nicht mehr so konstant da. Man hätte ihn vielleicht sogar auf 0 packen können. Denn jetzt ist es ja ein bisschen Glück, wenn beide diesen Topf spielen und der eine zieht ihn, der andere nicht. Ja, okay, hat der andere halt einen Plus 1 Vorteil. Andererseits kann man jetzt wieder sagen, ist die Downside mit den 10 Bänischen. Ja, dann wird sehen in Zukunft, wie oft die Karte jetzt noch gespielt wird oder nicht. In den ein oder anderen Deck auf jeden Fall. Aber wir wollten hier auf jeden Fall ein Konstant-Hit geben und das nicht in Zukunft einfach. Ja, hier Top 16. Jeder hat Top of Desires gespielt. Vor allem Top of Desires, ne? Ja, Denglish ist immer eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall Topf der Gier. Deswegen natürlich hier auf 1. So, nächste Karte auf 2. Ein Held lebt. Imiterhalb macht nichts. Imiterhalb für nichts machen. Weiter geht's. Fusionsschicksal. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Anaconda ist streng genommen hier das Problem. Oder auch die Fusionsschicksal selber. Denn wenn wir Anaconda verbieten hätten, hätten trotzdem wegen DPE einfach alle Fusionsschicksal immer noch dreimal Main gespielt und das einfach für Harddraw genutzt. Wenn man will, dass man DPE an sich nicht rufen kann, kann man halt entweder Anaconda verbieten oder natürlich Fusionsschicksal. Aber wenn man sagt, ich will DPE im Spiel haben, kann man immer noch sagen, okay, wir machen Fusionsschicksal auf 1. Dann ist sie durch Anaconda rufbar. Das können wir gerne erlauben. Das wollen wir so. Aber eben für den Harddraw-Aspekt ist das eben deutlich schlechter, weil ja, du spielst ja nicht keine Anaconda und einmal Fusionsschicksal, das ist die Bricks halt einfach nicht wert. Ja, auf 2 macht sie nix. Jeder wird Anaconda mit 2 Schicksalsfusionen spielen. Ist okay, ist okay. Ja, also der Hit ist verständlich wegen der Konstanz, aber er macht zu wenig. Er hätte halt auf 1, 0 oder whatever. Ja, kommen wir zu Nadir, Dina. Und das ist genau das Gleiche. Dina ist eine sehr, sehr spielstarke Karte. In Vogue, Dogmatica, Chadol. Und ja, man muss hier einfach sagen, Nadir ist vielleicht, wenn man in Vogue, Dogmatica, Chadol anfassen will, nicht die Problemkarte. Die Karte generiert sehr, sehr viel Plus. Das will ich gar nicht schlecht reden. Und ja, das ist ein Hit für die Konstanz. Sprich einfach, ja, du ziehst sie nicht so oft. Sprich, du hast nicht so viele One-Off-Starter. Aber man muss einfach sagen, dass in der Vergangenheit gezeigt hat, dass zum Beispiel Karten wie im Meltdown ein großes Problem sind, weil Meltdown halt einfach verhindert, dass du reagierst. Nadir ist natürlich next way und so. Aber ja, warum auf 2? 1, dann hittest du die Konstanz deutlich. Wenn man jetzt dann überlegt, das Package zu spielen, ist es halt nicht mehr so konstant. Sprich, also auf einer YSS oder so wird das Deck vielleicht nicht mehr so konstant oben mitspielen können. Zumindest wird es das nicht so oft, wenn es in Tops kommt, Nadir gezogen haben. Auf 2 ist ein minimaler Hit. Da ist so ein bisschen so, ja, wir wollten so tun, als tun wir gegen das Deck sowas. Ja, ist okay. Minimale Konstanz jetzt. Ja, großer langer Kreis, Konstanz, minimale Höhen bei Salmon Grade. Aber Salmon Grade ist das, was es ist. Salmon Grade kann man vielleicht in Zukunft auch mit der Brave Token Engine spielen. Ähm, aber, ja, Kreis macht das Deck konstanter. Punkt. Fertig. Salmon Grade bei Salmon Grade. Ne, Nibiru Passes, Token Passes, eine gute Sache so. Also Salmon Grade, natürlich kein schlechtes Deck, kann auch easy gewinnen, wird auch toppen in Zukunft, macht es auch konstanter. Aber das Deck wird nie das Top Tier Deck gerade sein, solange sie die Anfälligkeit haben, diese haben und vor allen Dingen, solange Gazelle eben auf 1 ist. Kommen wir zur nächsten Karte, Sündenbock. Das ist natürlich ein kleines Experiment. Die Karte wurde oft schon benutzt, gerade in Trickster oder ähnliches damals, eben um einfach Link Climbing zu betreiben. Sprich, du spielst Sündenbock und machst mit den Tokens einfach ganz viele Link Monster, also einfach in Spinne und so und gehst dann höher und hast quasi durch eine Karte eben zum Beispiel ein Boss Sword oder theoretisch ein Axis Code oder ähnliches. Ist natürlich stark, keine Frage, aber ist eine sehr langsame Karte. Die Mita ist nicht so langsam, aber ich denke mal, gerade wenn Sündenbock Spains noch 3 ist, gibt es garantiert irgendwann ein Deck, was sie einfach zum Deffen spielt, beziehungsweise eben, um dann eben Schaden zu drücken. Wie gesagt, wir haben es in der Vergangenheit gesehen, man wird sehen, wie sich die Karte etabliert. Ist ein Versuch, kann man machen, wird jetzt nicht in sind dafür sorgen, dass jeder die Karte spielt, nur für einzelne Decks werden diese Karte spielen können. Von daher vollkommen fein. Kommen wir zu den nächsten Tagen. Nessi, ja komm, Künstlerkumpel, ja, Stufe hoch ist okay, Pendelung braucht Support, ist immer noch nicht gut deswegen, also wegen der Karte zumindest nicht. Red Eyes hat einen Eratum, klar kann auf 3, why not, spielt man eh nur ein. Raigeki auf 3 hingegen, ist dagegen wieder ein bisschen überraschender, ist ein bisschen cool, um ein bisschen an die Casuals und vor allem Low Budget Spiele ranzugehen. Der Raigeki ist natürlich eine Karte, die ein sehr billiger Ersatz ist, im Vergleich zu Lightning Storm. Klar, Lightning Storm macht mehr, aber Raigeki macht für die einen oder andere halt auch das, was Lightning Storm machen würde und ist sogar immer einsetzbar. Raigeki ist auch immer ziemlich lustig. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen irgendwann einen hier so. Top YCS. Jo, ich habe einfach 3 mal Raigeki in Zeit gespielt. Ist eine gute Karte gegen XY Dex. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir, aber sind wir ehrlich, die meisten Monster floaten, können nicht zerstört werden, sind Protected, etc. Raigeki an sich ist jetzt nicht so die Meta-Change-Karte, dass man sagt, oh mein Gott, das hätte man nicht tun dürfen. Raigeki-Gift 3 ist lustig, kann auch echt lustig gut kommen, aber ist jetzt nicht so, dass das halt irgendwie jetzt so eine Eskalation führt oder so, ähm, oder ähnliches. Also von daher vollkommen fein. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Karte, Notfall-Teleporter. Das war irgendwie klar, ähm, ja, why not? VW war kein schlechtes Deck, jetzt kann sie 3 spielen, sind noch ein bisschen konstanter dadurch, aber VW verliert immer noch gegen sich selber. Cosmo hingegen freut sich sehr, dann kann Cosmo jetzt sogar aufgrund der nächsten Karte, die vielleicht kommt, noch eben deutlich besser spielen, aber alles hier Decks, die nicht in der Top-Tier oben mithalten werden. Klar, VW auf jeden Fall, Virtual World wird oben mithalten können, aber ist eben im Vergleich zu anderen Decks nicht so gut, dass man sagen kann, okay, du bist das beste Deck des Formats, sprich, ja, VW kriegt einen Boost, aber wird deswegen halt nicht das beste Deck des Formats, und ich habe schon angesprochen, Kräfte rauben, Cosmo und Notfall-Teleport und Kräfte rauben, freut sich Cosmo auf jeden Fall definitiv drüber, aber welches Deck sich hier auf jeden Fall drüber freuen wird, ist halt eben einfach. Endlich, ja, juckt es nicht, die Fallen triggern immer noch ihre Effekte, der Gegner kann nichts dagegen machen, der Lord kriegt ihren 2 Push, also wir haben ein starkes Monster mit Pop, mit Friedhof Banishing und der Gegner ist komplett out, Kräfte rauben ist auch eine Karte, die alleine Spiele gewinnen kann, man muss natürlich hier sagen, ähm, man darf wenigstens Monster beschwören, Happy Birthday, also wenn du ein Spezialbeschwörungs-Deck hast, dann, ja, Kräfte rauben, du kannst ja noch Monster beschwören, aber sind wir ehrlich, die Karte ist absolut unfair, absolut dumm, ähm, natürlich nicht ganz so dumm wie in Pro Order, aber die Karte ist dumm, Floodgates sind allgemein dumm, ähm, und ich finde es einfach schade, dass Kräfte rauben jetzt hier auf 3 gegangen ist, ich sehe auch keinen Grund dazu, vor allem auf 3, also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen Kräfte rauben, vielleicht erlauben weiterhin, weil, ja, lass mal einfach machen, finden wir okay, da hätte man sagen können, Kräfte rauben von 1 auf 2, dann ist das ja okay, aber ne, gleich auf 3, warum Experimente, wenn man gleich voll reingehen kann, ähm, finde ich halt ein bisschen komisch, man kann es ein bisschen argumentieren, Master Duel ist Kräfte rauben auch auf 3, vielleicht versuchen sie irgendwie, die TCG an die OCG anzulehnen, jedoch widerspricht das auch wieder, weil, naja, wir haben Maxi jetzt hier nicht wiederbekommen, sprich, ähm, Kräfte rauben als einzige Karte aus dem OCG, im Vergleich zu Master Duel bringen, weiß ich nicht, ob das the way to go ist, aber ehrlich, freut sich natürlich, wie gesagt, riesig, ja, und jetzt gehen wir ein bisschen hier auf die Decks ein, wenn wir nämlich in der Vergangenheit einfach ein paar Top Decks angucken, dann sehen wir nämlich, dass, ähm, viele Decks natürlich jetzt ein deutlich großes Potenzial haben und einige komplett gekillt worden sind, ja, wir fangen einfach mal an, hier die letzte YCS, ähm, die stattgefunden hat, und wir sehen hier die Top Listen, und zwar, ähm, wir sehen hier Swordsoul, Tree Brigade, Sky Striker, Tritron, Swordsoul, Swordsoul, Dogmatiker und Tritron, und wir gehen das Ganze mal eben durch, wenn wir nämlich zum Beispiel die Swordsoul Listen angucken, ich hab's schon gesagt, Protoss ist drin, Protoss ist eben searchbar, und Protoss ist halt einfach die Karte, die den Auto-Win-Button gegen x-beliebige Decks bietet, einfach die eben auf eigener Eigenschaft basieren, zum Beispiel Phantom Night, Tritron sagt auch, mhm, danke dafür, ähm, ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr mächtig, ähm, finde ich sehr, sehr krass, schwierige Karte weg, Swordsoul übrigens nicht ein Deck, was deswegen gleich Tier 3000 wird mit dem Hit, aber das Deck wird es jetzt deutlich schwieriger haben, weil sie den Auto-Win-Button verloren haben, und ich denke gerade auch, ähm, im Vergleich einfach zu anderen Decks, die diesen Auto-Win-Button zum Teil noch behalten haben, äh, kommen wir gleich zu, ähm, Swordsoul, gutes Deck, ich vermute es wird ein solides Tier 2 Deck, aber in der Top-Tier wird es halt so gesehen mitmischen, aber eben nicht dominieren, ähm, kommen wir zur nächsten Make, und zwar Trivial Leader-Vögel, und man muss sagen, man könnte jetzt sagen, das Deck ist doch ganz schön gearscht worden, wir haben hier diverse Hits, wir haben unter anderem eben den Simo-Kit, wir haben unter anderem eben zusätzlich noch den anderen Hit, da wird ja wohl nicht mehr so viel passieren, aber dies hier zum Beispiel ist einfach eine ältere Liste, und die zeigt eins sehr, 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 sehr deutlich, und zwar, du kannst Trivial Gate, auch mit Leader-Vögel, immer noch spielen, und hat immer noch Waveable, sprich, du hast immer noch dein, äh, dein, deine, ähm, Revoltset, du hast immer noch Apelusa, First-Term-Board mit Lord, ähm, und natürlich dann eben Revoltset, also was auch sehr stark ist, also Apelusa mit Lord und Revoltset sehr stark, du hast Zeus-Access, das Deck ist auf keinen Fall tot, hat nur halt nicht mehr eben diesen unglaublichen krassen Vorteil des ersten Zuges wie sonst, das heißt Trivial Gate wird aus meiner Sicht auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Deck bleiben, wird jetzt nur wieder so gespielt wie früher, warum nicht, ähm, ist ganz nett, ist halt jetzt nicht mehr so unfair wie früher, als Trivial Gate Top-Tier war mal eine Zeit lang, haben viele gesagt, ja, Trivial Gate ist zwar ein gutes Deck, so, aber muss gar nicht gebannt werden, weil es ist ja fair, ja, es war auch auf eine Art fair, denn das Deck hat quasi nur eine Normal Summon und eine Spezialbeschwörung und das war's, wenn man die interrupted, kannst du gegen das Deck easy gewinnen, Problem ist halt, aufgrund der ganzen Mechaniken, die jetzt gekommen sind eben, war das nicht mehr so, das Deck war komplett unfair, mal gucken, welche Variante sich durchsetzen wird, ob mit Liedervögel, ob mit Hundeschule, ob pur, man wird sehen, ähm, ist auf jeden Fall ein Deck, was man immer noch spielen kann, auch wenn man denkt, dass das Deck jetzt komplett gekillt wurde, es wurde eben nicht komplett gekillt, denn früher hat man es eben genau so gespielt, kommen wir zu Sky Striker, Sky Striker wird jetzt oft öfter vorkommen, allein natürlich ein bisschen durch den Hit von TPE, aber halt minimal ist halt jetzt nicht so ein großes Problem, zusätzlich Impro Order, der Outwind-Button gegen dieses Deck existiert nicht mehr, sprich, Sky Striker Leute freuen sich sehr und mehr Leute werden sich entscheiden, Sky Striker zu spielen, also wird in Zukunft die Sky Striker Decks deutlich öfter, äh, vorhanden sein. Dann haben wir Triton, Triton kann immer noch spielen, kann immer noch kombon, ähm, das hier ist jetzt eine alte Liste, ähm, Eva wird natürlich rausgekickt, der Herold wird dementsprechend natürlich auch rausgekriegt, ähm, man kann immer noch, theoretisch mit diesem Deck, ähm, den Sensen-Log legen, denn falls euch aufgefallen ist, Sense wurde nicht verboten, wir können mit diesem Deck also immer noch Sensen-Log legen, das Deck spezial beschwürt genug Monster, um eben genug Setup dafür zu haben, dass wir eben, ähm, DPE haben, plus eben Sensen-Log, problematisch daran ist einfach, dass Triton das macht, was andere Decks können, nämlich Sensen-Log legen, nur in schlechter, sprich, Triton ist raus aus der Top-Tier, ist glaube ich auch mal langsam Zeit, es ist immer noch gefährlich, es kann immer noch dich OT karen, es kann immer noch den Sensen-Log legen, aber es ist eben deutlich, 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 deutlich anfälliger, und eben das typische Triton-Board mit, ja, ich habe vier Umlinigates, was will es so tun, ähm, wird es halt nicht mehr geben, finde ich fair, ist okay, ist gut, Triton, wie gesagt, kein schlechtes Deck. Ja, Dogmatiker invoked, ähm, was soll ich dazu sagen, ist natürlich ein Deck, was einfach, ähm, ja, jetzt immer noch spielbar ist, ne, es wird immer noch gespielt, ist sogar ein sehr guter Pick, ist ein guter Call, Winter immer noch eine absolut, ähm, gute Karte, was soll ich darüber erzählen, Schism und Absurd Broken, und ja, ähm, ähm, Nadir und Schism, das passiert jetzt nicht mehr ganz so oft, aber, äh, wenn, wenn man sagt, wenn Winter im Format zu gut wird, dann spielen wir einfach mit Schadol-Engine-Main und let's go, have fun, ähm, das Deck ist genauso playable wie vorher, mit einem mini, 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 minimalen Consistency-Hit, aber ganz oft hat das Deck ja auch, auch bei drei Kopien, gar nicht mit Nadir geöffnet, eröffnet und konnte trotzdem gewinnen, also, von daher, das Deck ist super gut, ne, brauche mich drüber reden. Beat Trooper, Beat Trooper ist natürlich ein Deck, was immer noch gut ist, was immer noch gespielt werden kann, ist aber halt ein bisschen unratedes Deck, war ja nie das Top-Tier-Deck, obwohl es, äh, ja, sehr gut, äh, oben mitgespielt hat, ich weiß, sehr, sehr gut, zweiter Platz und so, Remote-Door-YCS brauche ich glaube ich nichts zu sagen, aber muss einfach sagen, dass das Deck natürlich, ähm, eben nicht das Top-Top-Top-Top-Tier vom Feinsten ist, von daher, gutes Deck, muss man ein Auge behalten, aber eben nicht das Top-Tier-Deck. Kommen wir zum Top-Tier-Deck, was es auf jeden Fall garantiert sein wird, ist Phantom Knights. Phantom Knights ist jetzt schon ein sehr, sehr gutes Deck gewesen und kann dir den Sensen-Log legen. Was kann das Deck jetzt? Ja, es kann dir immer noch den Sensen-Log legen und bekommt noch dazu, ein Omni-Negade, der eben ebenfalls in der Kombo benutzen kann, um A, entweder halt eben durch Nibiru zu spielen oder B, falls man jetzt dann doch in Nibiru spielen muss, auf jeden Fall hilft die Hände zu entbricken, sprich die Brave-Token-Engine hilft Phantom Knights unglaublich viel und macht dieses Deck eben zusätzlich zu eben den Sensen-Log, der natürlich absolut bastelt ist, ähm, zum Top-Tier-Deck aus meiner Sicht. Kommen wir zur nächsten, Get-Prank-Kids wird auch ebenfalls zu die Brave-Token-Engine gesupported, denn ja, natürlich, Miau-Miau auf 1 tut dem Deck sehr, sehr, sehr weh, dass hier jetzt noch eine alte Liste mit auf 3, aber, äh, mit der Brave-Token-Engine kannst du natürlich verhindern, dass, ähm, der Gegner dich interrupten kann durch dein Omni-Negade, sprich, also wir können einfach voll Kombo machen und dann haben wir einfach, wenn der Gegner eben noch keinen Nibiru oder keinen Handtrap hat, dann ist der Omni-Negade sogar noch still alive, sprich, du spielst gegen ein still alive Omni-Negade plus Doppel-Rei-Geeky plus Follow-Up plus volles Feld. Sind wir mal ehrlich? Das wird gefährlich. Dennoch muss man natürlich sagen, dass Miam ja auch immer noch sehr, sehr weh tut und Prank-Kids aus meiner Sicht deswegen natürlich noch ein bisschen hinten dran hängen. Phantom Knights macht alles besser, ist deutlich stärker und viel krasser natürlich, aber das Deck, äh, ist nicht tot und freut sich natürlich über die Brave-Token-Engine. Ja, Dragon Link habe ich ja bereits erwähnt. Dragon Link ist ein Deck, was natürlich von Dostrudo, ähm, profitiert, jedoch, ähm, nicht so sehr profitiert, dass man sagt jetzt, okay, krass, äh, jetzt hast du, äh, das beste Deck der Welt. Natürlich nicht. Liegt einfach an zwei Gründen, unter anderem, ist vollkommen okay, aber es ist quasi nur ein Extender mehr und das Deck besteht aus einem Haufen Extendern und ja, das Deck ist dann noch extendiger, aber, ähm, es ist das, was es jetzt ist, ein gutes Deck, was eben auch, ähm, Events gewinnen kann, aber, ähm, trotzdem nicht das Deck to beat ist, denn das bleibt einfach Phantom Knights. Ja, Tree Brigade, habe ich ja bereits gesagt, das hier ist auch nochmal eine alte Liste, jetzt in diesem Fall natürlich mit Apex drin, aber, ähm, trotzdem, wie gesagt, du kannst Tree Brigade auch ohne Liedervögel spielen, mit, mit Hundeschule ohne, das Deck ist auf keinen Fall tot. Ähm, kommen wir zu Witch World, die sich natürlich freuen über drei Notfall-Teleporter, aber hier ist es halt auch so, ähm, das Deck ist nicht schlecht, das außer Frage, aber, ähm, es verliert oft gegen sich selber, es kann mehr brinken als andere Decks und, ähm, macht dann auch zum Teil nicht so viel, ist ein gutes Deck, ist ein sehr beliebtes Deck auch, wird oben mitspielen, ist auf jeden Fall ein gutes Tier 2 Deck, wenn nicht sogar dann, je nachdem, äh, wie sich alles entwickelt, ein Tier 1 Deck, aber trotzdem ist es halt eben nicht das beste Deck, ich glaube, das habt ihr jetzt inzwischen verstanden, das ist nämlich Phantom Nights. Salon Grade, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ist ein gutes Deck, wird toppen und so, aber, ähm, das Deck hat immer noch die Schwächen, die es vorher hat, das ändern auch nicht 2 Circle, ja, und Desire Kick, ähm, ist natürlich ein bisschen schade, weil das Plus 1 hat man auch ein bisschen gebraucht, manchmal, manchmal nicht, jetzt kann man natürlich schon mal ein Circle mehr spielen, sprich, da findet ein Upstart rein, dann hast du es einfach ausgieglichen, gleiche Liste, hm, wir werden sehen, wie Salon Grade sich auf jeden Fall entwickeln wird, denn theoretisch kann man Salon Grade auch mit Brave Token-Engine spielen, und dann ist der Nibiru, ähm, ja, einfach der Nibiru, äh, hatedes Deck kassiert, wenn Nibiru kommt, weg, dann kann er nämlich einfach mal Nibiru negaten, man wird sehen, wie das Ganze ist, den Normal Summon ist hier theoretisch nicht so abhängig, denn, ja, brauchst du theoretisch nicht so, vor allem, wenn du dafür dann halt spielen darfst, und, äh, zu guter Letzt halt eben, endlich, denn endlich natürlich ein Deck, was extrem profitiert, eben durch 3 Skill Drains, äh, wir sehen hier jetzt gerade eine OCG Liste, aber, ähm, ja, ne, brauche ich nichts zu sagen, Skill Drains, Auto-Win-Button, das Deck ist an sich nicht schlecht, hat sogar auch auf Regionals getoppt, jetzt schon, ohne 3 Skill Drains, mit Sky-Drail, äh, 3 Skill Drains, wird es natürlich noch krasser, natürlich muss man hier an dieser Stelle erwähnen, dass die Phantom Knights zum Beispiel, mit den Friedhof arbeiten, natürlich auch Feld, aber ihr wisst, was ich meine, heißt, ähm, Phantom Knights kann immer noch ein bisschen spielen, kann sehr das Feld voll spammen, und vielleicht schaffen die es dann irgendwie darüber, ähm, den OD-K zu drücken, beziehungsweise natürlich Twin Twisters, eine sehr, sehr gute Karte, die in Phantom Knights super gut gespielt wird, dort wird man, wenn endlich mehr gespielt wird, mit, im Skill Drains vielleicht sogar Twin Twister gemaint, oder man spielt doch Cosmic Cycling, hat sehr viele Vorteile, man kann Skill Drains outen, man kann die Traps outen, und man kann auch Müsse gemein outen, man kann auch die Sensor outen, also in mir Cosmic Cycling, wird eine gute Seite Karte in Zukunft werden, aber, bevor wir jetzt hier weiter reden, das war's von dem riesengroßen Überblick, ähm, übrigens noch wichtig, ja, der nächste Update frühestens in ein paar Monaten zu rechnen, also, ein Datum war schon lächerlich so, nicht früher als, aber man hatte da wenigstens so ein bisschen eine Deadline, jetzt wieder, ey Konami, bitte, bitte ändert das, also wenigstens dieses Datum, nicht früher als, das war wenigstens noch halbwegs okay, man konnte wenigstens sagen, okay, in drei Monaten ist ein YCS, nicht früher als, das Datum liegt noch innerhalb, also die YCS liegt noch innerhalb dieses Zeitraums, sprich, dauert, wird noch exakt dieser Liste gespielt, jetzt ist, wenn wir quasi ein Event angekündigt bekommen würden, und das alles wieder stattfinden würde, wissen wir nicht, wann droppt die Liste, zählt noch die alte Liste, zählt die neue Liste, die Unsicherheit ist einfach groß, nervt einfach, aber das war der riesengroße Überblick, ich denke, ähm, das Video ist auch lang genug, war ein sehr, sehr tiefer Einblick und ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat, was ist eure Meinung dazu, findet ihr die Verbotsliste gut oder nicht und was denkt ihr, welches Date habe ich vergessen, schaut es einfach mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war es von mir und bis bald. Bis bald.